Yo Leute, Willkommen zurück zu Racketeer, dem Shop Simulator 2017. Und ich musste leider Gottes ein Event überspringen, weil wie gesagt, ich habe jetzt einmal gewartet ein bisschen, bis das Spiel rausgekommen ist, also bei mir auf dem Kanal. Und dementsprechend konnte ich da leider nicht vorher zu aufnehmen. Im Endeffekt ist nur gesagt worden in einem kleinen Event, hey, heute musst du 10.000 Picks zahlen. So, ich hoffe einfach, dass das klappt, beziehungsweise es klappt ja auf jeden Fall. So, Summer Sundle. Ne, wir brauchen da mal das und... Irgendwie haben wir nichts cooles zum Verkaufen, fängt man mal so auf. Okay, wir gehen mal raus. So, Level 6. Oh. Ähm. Wir kaufen ein bisschen was. Äh. Ach so, Moment. Ah. Kann das sein, dass ich davon jetzt unendlich viel kaufen kann? So. Äh. Moment, bevor ich jetzt gleich, äh, nicht das passende, nicht das passende habe. So. Äh. Und das müsste eigentlich schon alles gewesen sein. Außer dem Muff, den habe ich noch nicht. Äh. Da. Bum, 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 bum. So. So. Leave. So. Buy. Und da müsste... Oh. 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 Äh. Machen wir mal einfach zehn Stück davon. Die sind eigentlich ziemlich easy zu verkaufen. Oh. Oh. Hey, hey. No. What's wrong? Oh. My dolly snivel. Oh. The shoulder bin ripped. This is my favorite. Oh. Hey wait. Can you give it to me for a second? Okay. Okay, I have a little thread and a needle in my Aran pocket here. And loop, loop, don't poke myself. And done. How does that look? You fixed her. Yay, thank you so much, lady. You are welcome. I need to go now, bye bye. Hmm, not only are you good at sign crafting, but you have a fairly deft hand at needlework too. How about you, Tio? I bet you saw a lot of stuff. Uh, huh? There is no time for a deadling. Where to next? I guess fairies aren't very good at using big needles, huh? So. Ah. Adventurer Guild. So. Ich bin dafür, dass du das Stahlschwert nimmst. Das. Das. Ein Old Muffer und Depart. Ah, okay. Machen wir mal. Jupp. Auf geht's. Hallo. Du bist schon wieder ein Steinewerfer gewesen, ne? Okay. Standard Charm. So. Wow. Ach komm, das ist nicht tragisch aufzuheulen. Okay. 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 Du bist ein Puncher. Okay. Du bist ein Puncher. Okay. Du bist ein Puncher. Du bist ein Puncher. Du bist ein Puncher. Okay. Du bist ein Puncher. 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 Okay. Oh. Nehmen wir natürlich mit. Und hier ist nichts mehr. Verdammt. Okay. Ähm. Ne, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Weiter. So. Und. Sehr schön. Level ab. Und. Kannst du knicken. Äh. Da ist der Ausgang. Und. Kritisch. Wodenshields. Wodenshields. Und. Man kann das sehen. Weil die. Äh. Truhen. Ne. Stimmt gar nicht. Ich glaube das ist sogar das Standardding für Truhen. Oder? Also das X ist glaube ich immer eine Truhe. Werden wir herausfinden. Ja. X ist immer eine Truhe. Und. 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 Erledigt. Immer diese Bienen. Ah. Wieder eine Nuss. Eine Chestnut. So. Oh. Komm her. Komm. Komm. Jawoll. Da haben wir ihn. Und. Den haben wir. Ah. Oh. Slime plus 2. Gutes. Und. Wah. Okay. Oh. Man wird gelähmt. Wenn man von der Biene getroffen wird. So. Ist aber nicht ganz so tragisch. Mensch. Wir kommen gleich sowieso ein Level ab. Das. Viech. Erinnert mich jetzt gerade immer mehr an das. Mit den Hasen. Aus Kios Adventure. Aus der Schule. So. Ah. Da haben wir. Neglect. Was ist das? Okay. So. Kirschen. Kirschen. Es gibt Kirschen, Leute. Ähm. Es gibt Kirschen. Ah. 700. 300. 1000. Ich würde sagen. Slime Fluid haben wir. Aber es ist halt plus 2. 2. Don't throw away. Don't throw away. Cherry plus 2. Jawoll. Oh. It's a crown slime. Zack. 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 Verdammt. Stop. Hannin. customscent. Entschuldigung. Ähm. lma, komm mal her. So, jetzt haben wir den doch mal getroffen. Komm mal her. Shit. Äh. Nee. Alter. Kann ich irgendwas davon jetzt benutzen, um ihn zu heilen? Ja, kann ich. Ja, komm. Dann hab ich's aber. Sehr schön. Jawoll. Wir gehen raus. Ja, ja. Came back alive. Äh. Ja. Was ich hier lasse, ne? Also, was ich ihm gebe, oder irgendwie so. So ist wahrscheinlich... Sehr schön. Ähm. Ja. Also, er behält die Waffen und Rüstungen nicht. Ähm. Deswegen würde ich einmal sagen... Deswegen würde ich einmal sagen... Big Shield. Äh... Das hier. Nein, ich muss da dran, Tier. Danke. Und was haben wir noch so schönes gefunden? Äh. 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 Okay. Okay. Close Cape. Machen wir's so. Ja, okay. Machen wir's so. Open Store. Oh, hi. Oh, hi. Äh. Äh. Okay. Wow. Das war echt alles. Das war echt alles. Das war echt alles. Oh. Ich muss... Ich muss... Das war echt alles. Oh. Oh. Okay. ich muss am ende des tages okay ich muss am ende des tages muss ich die cola haben ok ok gut weiß ich fürs nächste mal leute wenn es euch gefallen hat das wird mich auf jeden fall freuen und wir sehen uns das nächste mal wieder bei racketeer da muss ich halt neue laden also haut rein bis dahin tschau tschau